Oh, Erfahrungsgamer Level 4 Warte Wachplus sollte raus, oder? Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen So, und das sollte jetzt mir das Ding geben, oder was? Ist das hier eigentlich irgendwas? Ne Achso, du machst jetzt nach oben Okay Äh Es macht keinen Spaß Es macht es einfach nicht Es macht kein Spaß, das Spiel Oh Ist das alles schmerzhaft geworden, Tails, aus Symfonia Ich gebe auf, ich gebe auf Kann ich speichern, kann ich gehen, kann ich Ich will so nicht spielen Ich, 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 ich will das so nicht Ich, ich, ich will, ich, ich will so nicht Es ist einfach kacke So Ah, Flammenschienen Schienen sind was für hier, den, den da Ach, was ist mir eigentlich, ach Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Alles ist immer so Schwierig Scheiße, aufs Item Ach nee, erst nach dem Kampf lernen die die Verbundsfähigkeiten, ne Dann haben wir das Falsche drin Ich, ich, ich weiß es nicht Vielleicht das Tujol Ich hab keine Ahnung was das ist Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und immer wieder kämpfen Verbundfähigkeit, jetzt müsste sie die haben, oder? Konzentration Verhindert das Strauchen beim Sprechen eines Spruches Das ist doch das, was alle wollten So Es wäre schon schön, wenn das immer gehen würde Es wäre schon schön Wenn ich nicht erraten müsste, wann der Wind rauskommt, dann Das wäre nicht schlecht Okay? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, auch nicht richtig. Ich glaube, wir machen das wirklich nur noch als Stream. Das geht mir so auf den Sack hier. Dass man nicht anständig programmieren kann als Programmierer, ist wirklich traurig. Wenn ich so schlecht programmiere. Wie gesagt, der Wald ist nervig. Die Schlucht hier, die ist nervig. Jetzt bin ich wieder hier unten und gleich wieder in den Kampf. Ich bin so entnervt. Ich bin so entnervt von diesem Spiel. Und diesen ganzen Mist hier. Wir sind ganz am Anfang. Das ist ja auch schön. Nun lasst mich doch mal einmal in Ruhe. Oh, ich habe keine Lust. Es ist echt nicht schön. Oh Mann. Okay. Jetzt können wir mal wieder irgendwas Glücklicheres machen. Anstatt den Scheiß hier. Das ist schmerzhaft. Das ist übelst schmerzhaft. Das tut so richtig weh. Ich möchte doch nur ganz normal einfach durchkommen. Ich möchte, wenn ich die rüber teleportiert Ding habe, dann möchte ich rüber teleportieren können. Ist das viel verlangt? Und vor allem, was viel wichtiger ist, ich will nicht. Um alles in der Welt, ich will nicht permanent kämpfen. Ich will das nicht. Aber es ist immer das, was du machen musst. Immer kämpfen, 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 respawn, 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 respawn. Das ist so schmerzhaft nervig, dass man sich auf nichts konzentrieren kann in dem Spiel. Dass du halt echt nur die ganze Zeit an Tastesmashing bist. Das sind ja nicht mehr harte Gegner. Das ist Tastesmashing und Zeitklauen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ich weiß nicht mehr, wohin jetzt, weil ich die ganze Zeit am Kämpfen bin. Ich vergesse meine Aufgabe, weil ich nur am Kämpfen bin. Und das kann ja eigentlich nicht der Sinn der Sache sein, oder? Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ich glaube, lange mache ich das Spiel echt nicht mehr. Ich glaube, das wird abgebrochen, ihr ehrlich. Das geht mir so auf den Sack, das Spiel. Oh, jetzt wird jemand beschworen. Warum macht sie das eigentlich nur, wenn sie, äh, auf, 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 auf schwarz ist? Also wenn sie, wenn sie, ne? Warum erhält Wayne extra Erfahrung? Hm? Deswegen, ich vergesse, wie man laufen muss und wie man gehen muss. Und alles, weil du halt alle, alle paar Sekunden irgendwie am Kämpfen bist. Ich bin jetzt einfach mal für die nächsten fünf Minuten ruhig. Ich hab kein, ich, ich hab einfach keine Lust mehr. Ich hab auch keine Lust, mich ständig zu beschweren, weil es... Ich hab's keine extra Erfahrung, warum? Warum hatten wir das eine mal extra Erfahrung? So, ich versuche jetzt irgendwie da hinzukommen, wo wir gerade eben waren. Ich, ja, ich versuch's einfach. Ich versuch's einfach. Die Feuerseal! Tempest Beast! Ready? Tempest Furus! Do not think ill of us. Vielen Dank. Vielen Dank. It looks like it is over. It looks like it is over. It looks like it is over again, where we were before. It is over again. It looks like 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 it is over again. You choose it? D Siphon of all creation arebergine! Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann dieses Spiel nicht mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich bin so kurz davor, einfach alles hinzuschmeißen hier. Weil es einfach... Weil es einfach keinen Spaß macht. Weil es einfach keinen Spaß macht. Es ist nur Abgekämpfe und nur Abgerimmel und Abgepimmel. Das ist... Das ist absolut nicht mehr lustig. Ich kann es nicht mehr lustig sein. Ich kann es nicht mehr lustig sein.